Hallo meine Lieben! Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil der Onni nämlich schläft. Ist ein bisschen problematisch hier, weil ja hier vom Haus immer mit noch Bauarbeiten sind. Und das Problem ist, dass er ja schlafen muss vormittags. Und die haben heute Morgen hier wohl mega Krach gemacht, weshalb er nicht schlafen konnte. Ja, heute ist übrigens Dienstag schon wieder. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen am Videoschneiden. Da hinten sitzt die kleine Muck. Ja, das ist heute so meine Beschäftigung. Ich will nachher wieder kochen. Dann jetzt hier quasi meine Videos schneiden. Das für morgen ist schon fertig. Fehlbarmarm muss ich noch. Und jetzt muss ich erstmal die Dateien von dieser Kamera runterziehen. Weil ich das noch nicht getan habe. Und ja, mal gucken. Vielleicht gehe ich gleich noch eben hoch und hole ein bisschen Wäsche runter. Muss ich mal gucken, ob die vielleicht schon trocken ist. Und ich muss dringend Wäsche waschen, aber ich habe keine Lust. Ich werde jetzt hier mal weiter arbeiten, worken, beziehungsweise schneiden. dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder. ich bin jetzt hier mal ein bisschen und ich habe jetzt ein bisschen mehr und ich habe jetzt alle meine Videos bis Freitag fertig. Nicht abgesehen von meinem Freitagsvideo, also das normale, was um 13 Uhr ja normalerweise online geht. Die sind noch alle hochgeladen, die Thumbnaids sind alle gemacht. Ich muss nur noch ein paar Sachen bearbeiten, abspannmäßig und so. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das mit dem Abspann findet. Das würde mich sehr interessieren, weil ich mache das jetzt ja schon eine ganze Weile. Und ich hätte halt schon gerne mal gewusst, wie das so bei euch ankommt. Ob ihr dann auf ein Video klickt oder ob ihr einfach nur eine Playlist durchgucken wollt, am liebsten, wie euch das so am besten gefällt. Und ich habe mir jetzt in der Küche schon ein paar Sachen zurechtgelegt fürs Kochen gleich. Und ich werde... Was ist denn mit dir? Hier. Und zwar gibt es Tomaten-Nudeln mit Hähnchen. Ja. Und jetzt hält mir wieder rein. Wie ihr gesehen habt, kam die jetzt ja eben auch kuscheln. Manchmal hat sie so Anwandlungen. Mega süß. Ja, auf jeden Fall habe ich mir hier schon mal alles zurechtgelegt. Ich werde jetzt duschen gehen, danach kochen und dann auch Olli wecken. Und er konnte halt, wie gesagt, heute Morgen überhaupt nicht schlafen und schlägt jetzt immer noch. Ich hoffe zumindest, dass er noch ein bisschen schlafen konnte und ich nicht zu laut war. Und, ähm, ja. Dann wird gleich wieder gekocht. Und, äh, jemals erzähle ich euch natürlich, wie es da geschmückt hat. So sieht das fertige Essen jetzt aus. Ich habe da noch ein bisschen Parmesan drüber gemacht, so wie es drin steht. Und jetzt bin ich sehr geschmant, geschmant, gespannt, wie es denn schmeckt. So, meine Lieben. Wir haben gegessen und es war echt lecker. Also ich fand es gut. Wie fandst du es, Schatz? Er fand es auch lecker. Und, ähm, ich habe jetzt noch eine Ehre Medikamente schon gegeben. Und, äh, ja. Werde jetzt, jetzt 9 Uhr, werde jetzt gleich auch so langsam Richtung Bett gehen. Ich habe die letzten Nächte auch nicht so wahnsinnig viel geschlafen. Ja, irgendwie gehen meine Abonnenten am Zahn wieder runter, Leute. Mögt ihr mich nicht mehr gucken? Ja, ich weiß. Im Moment passiert einfach nicht so sonderlich viel. Aber solche Phasen gibt es halt auch. Ne, auch wenn mir das wirklich echt leid tut. Und, ähm, ich werde jetzt, äh, die Tage mal gucken, ähm, dass ich ein Video drehe für Freitag. Ich möchte gerne ein aufgebraucht Video drehen. Aber ich habe morgen eigentlich einen Termin bei Benefit. Allerdings habe ich ja nächste Woche Dienstag, Geburtstag. Und es gibt ja eigentlich mal so ein Special. Und deswegen möchte ich halt fragen, wann das gilt. Ob das halt auch gilt. Ob ich dafür dann nächste Woche kommen müsste oder so. Das muss ich halt morgen mal fragen. Ich habe die heute leider nicht mehr erreicht. Ist ein bisschen doof. Aber, ähm, ich werde jetzt langsam mal so Richtung Bett gehen. Und, äh, mein Vlog hat irgendwie auch mal das 18er Aufrufe. Leute, was ist denn da los? Hört mal. Was ist denn da los? Ich will mich ja nicht beschweren, ne. Ich bin ja froh, dass ihr überhaupt meine Videos schaut. Und dass ich da Feedback bekomme. Und ihr euch freut, dass ich überhaupt wieder Videos hochlade. Und, äh, das finde ich schon sehr, sehr toll. Leute, ihr kennt den Spaß. Wir lüften. Und dann gehe ich ins Bett. Die Lampe wackelt gerade voll. In dem Wind hier. Ja, im Moment passiert halt wirklich leider nichts Spannendes, wovon ich euch irgendwie berichten kann. Das tut mir echt, echt leid. Aber ich koche. Es ist kalt. Ich räume auf. Ich schneide meine Videos. Ich schlafe. Olli schläft. Und das ist quasi so unser Tagesablauf. Ich habe jetzt heute Morgen mal unseren Stromzähler fotografiert und werde das morgen früh um dieselbe Uhrzeit wieder tun, um zu gucken, wie es so aussieht. Heute Morgen? Ja, um 6 Uhr. Morgen heißt es Wäsche waschen und ganz dringend bei Benefit anrufen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht den Termin noch verschieben kann oder trotzdem dieses Birthday-Special kriege, wie auch immer. Aber da berichte ich euch natürlich morgen drüber. Ansonsten abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis morgen. Tschüss.